Herr Sommer hat Post bekommen. Seine Consors Finanz Mastercard ist da. Jetzt kann er endlich bezahlen und finanzieren, wie er will. Er macht die Regeln und kann frei entscheiden. Ob er mit seiner neuen Karte online bestellt oder im Handel einkauft. Ob er lieber monatlich in flexiblen Raten zurückzahlt oder vierteljährlich alles auf einmal für 0 Euro Zinsen. Apropos Null. Auch die Jahresgebühr liegt bei 0 Euro. Für weltweite Abhebungen ab 300 Euro zahlt Herr Sommer keine Gebühren. Das findet er richtig gut. Und mit dem kostenfreien Online-Banking und der mobilen App hat er immer alles im Blick. Mit der neuen Freiheit geht sein Urlaub also klar. Flug und Hotel sind schon gebucht. Consors Finanz BNP Paribas www.consorsfinanz.de